Temperatur einstellen Alle unsere Geräte von der Serie UT4 und UT40 können mit dem App die Temperatur verstellt werden. Ich habe hier das App geöffnet. Ich habe zwei Geräte zur Auswahl. Ich drücke und vorne am Gerät wird dann das Display zeigen, ob es das Gerät erkannt hat. Ich drücke hier drauf. So, nochmal. Das Gerät hat geblinkt. Hier sehe ich, wie viele Liter gezapft wurden, wie viele Tage das im Einsatz war und die Temperaturkühler ist am Arbeiten. Dann kann ich hier die drei kleinen Striche drücken, dann auf Setting und dann Fritzer. Das ist die Temperatur. Die Temperatur kann eingestellt werden, indem das einfach da hin und her geschoben wird. Ich kann sie bis ganz nach oben stellen. Das sind dann 13 Grad. Ich kann sie aber auf 7 Grad. Das ist so eine gute Temperatur. 7, 8 Grad. Und dann Send. Jetzt ist die Temperatur eingestellt. Wir gehen zurück. Da sieht man, es ist am Kühlen. Wenn ihr die Temperatur erreicht hat, zeigt er hier die Temperatur an. Die Temperatur einmal auf den Plakern. Wir gehen zurück.